Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute Survivor mit Claudette. Einfach aus dem Grund, ich muss mit Claudette Leute vom Haken retten und noch mit irgendjemandem Haken sabutschieren. Deswegen habe ich diese Kiste da mit. Ich habe Claudette gerade mal auf Stufe 7 gekriegt. Mal sehen, wie weit es noch geht. Jetzt warten wir, bis alle hier Ja gesagt haben und dann geht das los. Los geht's. Geheimnis? Okay. So, gegen den Albtraum. Oh, wir spielen gegen Freddy. Oha. Na gut, mal sehen, wie es wird. Ich stelle erst mal die ganzen Haken sabotieren. Drei Stück brauche ich noch. Das ist jetzt meine große, wichtige Aufgabe. Damit ich wenigstens die Daily schaffe. Oh, nein. Oh, nein. Ja, kommt. So. Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Ist ja furchtbar. Hier war ich gerade. Wo ist denn Jen? Na toll. Ja, ich könnte mich aufwecken. Das weiß ich. Ich habe das irgendwo mal gehört. Aber ich muss einfach bloß aufpassen, wenn da kommt. Beziehungsweise wenn das ja Blut spuckt. Da oben ist mein Weckl. So. Ich kenne mich. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Oh ja, na toll, schön, hinter mir her. Ich weiß nicht, wo ich hinfügt, wo ich hinfügt, wo ich hinfügt. Ich schlüsse. Ich schlüsse. Ich will mal zum Wecker. Ähm. Ähm. Ich seh ja nichts. Ich will mal bitte was machen. Ich will mal bitte was machen. Ich will nicht mehr als sonst. Ach, da ist einer drinne. Ja. Of course. Ist das dein fucking Ernst? Ich hab's gehört. 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 Ich denke, es ist mein Ohr da drin. Was ist das da drin? Was ist das da drin? Ja, ich leuchte ja überhaupt nicht. Der kommt. Ach, der hat ihn runter geholt. Was ist das? Da guckst du mich auch noch. Hey du, Osh, komm. Ja, ich leuchte. Ja, ich leuchte. Ja, ich leuchte. Ja, ich leuchte. Na komm, na komm. Na toll. Das passiert halt, wenn man den Keller ärgert. Ich leuchte nicht. Na ja. Ihr lasst mich jetzt hier hängen oder was? Ah, verdammt! Ah ja, da gehe ich halt drauf. Dann ist es so. Weil die ja beide rausgerannt sind. Oh, wir müssen jetzt die Punkte noch aufbauen. Was auch nicht? Ich habe eine Daily Fabric. Eine habe ich geschafft. Sehr schön. Bisschen sackig bin ich schon, aber ist okay. Ist okay. Ja, ein Pip. Ja, warum? War schön. Okay. Dann beende ich die Folge an dieser Stelle und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Auch wenn ich bei Dead by Daylight irgendwie nie so viel rede. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao.